Und übergib ihr die Aufgabe komplett. Nicht nur irgendwie mach 1, 2, 3, 4. Der Mitarbeiter an so einer Aufgabe auch wachsen kann. Die Motivation kann hoch und runter gehen. Die Möglichkeiten können besser werden oder sie können schlechter werden. Das funktioniert und dein Unternehmen profitiert davon, dein Mitarbeiter profitiert davon und auch du profitierst. Die Motivation